Hallihallöchen und herzlich Willkommen, hier ist euer GTA-1 und 9 Appell. Ja, es geht weiter mit Let's Play, GTA San Andreas, ja. Und... Ja. Natürlich kann auch noch was. Na gut, dann. Taxi. Ja. Unser Thema ist... Da können wir Castingshows reden. Ne, also... Also TSDS, ne, ist ein richtiger Schrott... Ja, Castingshow. Ja, also... Die sagen... Erstmal beim... Record... Ja, oder? Nein, das finde ich scheiße. Ja, das ist ein... Ja, das ist ein... Ich... Ja, das ist... Du bist... Ich bin... Es ist ein... Es ist ein... Ich komme hier mal hin, fahre auf die Presse, scheinbar. Verschwendet ihr, ihr Penner? Das wollte ich eigentlich gar nicht, ja egal. Da scheint er von so gerüstet. Ja, ähm... Ich könnte gar nicht mehr aufpassen. Echt, äh, dieser Verkehr. Äh, 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 äh... Ja, äh, äh, äh... Hier für der Pizzeria. Dann sag ich mal, beende ich mal noch die Aufnahme. Weil es ist wieder gefallen, ich könnte ja einen Daumen nach oben reinpacken. Oder wenn es nicht gefallen hat, oder wenn ich etwas verbessern soll, könnt ihr das immer noch runterpacken. Das ist ganz geil. Ihr könnt ein Abo da lassen, wenn man wollt. So, dann sag ich mal, ja, wir sinds beim nächsten Folge wieder. Tschö, mitte. Tschö, mitte. Tschö, mitte. Tschö, mitte.